Hallo, willkommen zum neuen Vlog, Konzert Season 2324, man kennt auch einen, als Vlog Staffel 2 nennt. Wir sind heute zu Electric Cowboy für Techno 24 in Hannover. Ja, wir werden mal gucken, was es wird. Was wird? Wir freuen uns, ja. Wir freuen uns. Na, wie schmeckt's Leben? Ja gut, und dir? Hast du Bock auf Electric Cowboy? Absolut nicht. Ich war gestern schon auf einem scheiß Konzert. Wo warst du bei Bad Alments? Bad Alments? Wie warst du in Offenbach? Also kannst du gerne mal im Vlog die Geschichte erzählen. Okay. Also wir waren in Offenbach, also Frankfurt war natürlich so wie von den Erzählungen. Wir haben uns umhin gesetzt, weil die Freundin nicht so kontaktfreudig ist, mit Kuschel und so. Und dann saßen wir. Und ich sag mal, das ist eine Metal-Band. Ja, Bad Alments kennt man, glaube ich. Die kennt man ja auch bestimmt so, vielleicht ein, zwei Songs. Ja. 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 Und wir sitzen da. Vorbänd Poppy. Tolle Frau. Und dann, da wollten wir stehen. Hat jetzt keine andere aufgestanden, wollten die sich versperren. Deswegen sind wir jetzt sitzen geblieben. Aber bei Bad Alments haben wir gesagt, fuck it, da stehen wir jetzt. Und dann sind wir aufgestanden und die hinter uns sind auch nicht aufgestanden. Wir sind halt nicht aufgestanden. Haben wir gesagt, komm, fick die. Und dann, so. Ja, das war halt das erste Lied, was wir da gespielt haben. Und so, da war er halt ein, zwei Minuten rum. Er tippt uns da an. Und sagt, ach ja, ich schätze schon mal hin. Und ich dann so. Ich hab mich umgedreht. Also ein und so. Man kann auch zu Hause sitzen. Mein Vater nicht so cool. Der hat dazu kurz angeschrieben. Wolltest du eigentlich noch auf den Friseur gehen? Ah, danke fürs Erinnern. Ich bin heute um 6 Uhr zu Hause gekommen, von Frankfurt. War richtig cool. Ich hab da etwas weniger als 5 Stunden Schlafkampf. Was? Bin da zum Friseur. Und dann hat der Friseur mir gesagt, nö, wir haben hier einen Termin. Das hatte ich nicht gestern. Und ich hab halt den Termin mit dem Azubi oder so gemacht. Also er hat den Termin aufgenommen. Ja nö, jetzt bin ich halt nicht ganz so cool. Moment. Oh mein Gott. Du hast mich jetzt aber nisch. Wollen wir nacheinander gehen und jetzt schon was zu trinken holen? Das musst du jetzt. Guck, ist hier runter. Falsch. Guck mal bitte. Also, das ist das allererste Mal bei Electric, wo wir sind. Boah. 90 Minuten. Ja. Ja. Wo ist dieses Settel? Echt? Hast du das vielleicht nicht gehabt? Nee. Nicht? Ich glaube, das ist das Ende. Ich schocker Schlag. Mach mal eine neue Schulversion. Ja. Jungen. Musik ARD Text im Auftrag von funk Alter, Chase Nuri! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh yeah. Oh yeah. Ich bin der Godge der gömd, dass du, wenn du, wenn du big gehst schon. Kein Buch auf die Ger stand! Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I thought I thought it would be a lie Die and I know it's too late But I want it that way Nothing but a heartache Nothing but a mistake I never wanna hear you say Why? It's electric call Kevin writes into the microphone It's wonderful in Iran And goes directly into the heart It's electric call For the Gesang-Wort Nico Salah The beautiful voice hält all the time And makes not just women weak It's electric call And that's about all the FU-Mitglieder And the parents of us The parents of us But hey, wonderful We're going to show them On our Instagram page With your permission And on our Instagram page How are you going to line that way And they can stand with us And it's great We're ready It was a deadly Musik Musik Also, wir glauben, dass dieses Elektrikkonzert das Konzert war Ja, aber wir waren von 2022 da Mufa? War schon geil Leipzig, das ist ja Leipzig von Escalation Ja Für die Leute her auch einfach alle, die sich für jeden unterhalten Wir haben auch nicht auf dem Platz Das ist im Vlogs Entschuldigung, das ist illegal Das ist illegal Also, wir haben auch nie eine frage Kappe oder so, wie sie einfach wirklich da hin, wo wir ihn wollen Wir hatten mal Ronzo gepitt, weil leider nicht filmen beim Vlog gepitt Also, es war wirklich schon sehr spick Ja, auf jeden Fall übelst Mal gucken, was die Resten so mitbringt Ja, auf jeden Fall was wird Das ist auch wieder dabei Mal sehen, sie seht ihr uns auch im Market Action Richtig Tschüss